Herzlich Willkommen zu meiner Videoreihe zu Scratch Cara. Beim Scratch Cara Simulator steht hier diese Software im Vordergrund, steht Cara, diese kleine Marienkäfe im Vordergrund und stehen vor allem Programmieranfänger und Programmieranfängerinnen im Vordergrund. Mit dieser Software, diesem Scratch Cara Simulator, kann man in sehr geschickter Art und Weise das Programmieren lernen, beziehungsweise einen Einstieg in das Programmieren schaffen. Diese Software wurde, wie man hier sieht, an der Uni Oldenburg in Deutschland entwickelt und der Leiter dieser Entwicklung ist der Herr Dr. Ingenieur Dietrich Bohles, eben von Universität Oldenburg. Und in den folgenden Videos möchte ich dir eine kurze Zusammenführung bieten, wie man sich in diesem Scara Simulator zurechtfinden kann und die ersten Schritte ins Programmieren dann schaffen kann. Viel Spaß mit den Videos! Vielen Dank! Vielen Dank!